Der neue, vollelektrische Ford Explorer. Ihr habt es schon gesehen. Ich glaube, ihr seht mich drinnen. Seht ihr mich? Schreit mal ganz laut. Ich würde euch hören vom Garten, dass ich weiß, dass ihr mich seht. Schreit doch mal einer im Garten. Mensch, hier ist er. Der neue Ford Explorer. Guckt euch dieses Auto an. Jetzt gibt es ein knallhartes, krasses Match, Freunde der Sonne. Ich gehe mal rein. Geiles Auto, oder? Geiles Auto. Guckt mal, hier auch noch mit Gepäckträgern auf dem Dach. Ist das geil. So, ladies and gentlemen, ich gehe mal rein ins Auto. Hinten liegt ein Kameramann drin. Bist du da? Bist du da? Sind wir live? Sind wir echt live? Sind wir da? Liebe Freunde, herzlich willkommen. So, das ist er. Der Ford Explorer. Ist das geil hier drin? Supergeil, oder? Ich mache mal an. Ich mache mal schön an. So, pass auf, warte. Zack, zack. Gucken, wie das geht hier. Ne, geht nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ne, geht nicht mehr. Bin zu blöd. Das gibt es doch gar nicht. Zum Losfahren. Ah ja, warte mal. Warte mal, warte mal, hä? Jetzt, jetzt habe ich ihn an. Ne, auch nicht. Das geht nicht mehr. Es gibt es ja nicht. Ach so, ich habe es, ich habe es. Aha, man muss den Schaltknüppel hier so wippen. Alles klar. Freunde, ihr seid bereit. Guckt mal, Achtung, wir gehen mal hier rein. Hier ist nämlich der Ford Tresor. Geil. Ey, so einen Handschuhfach habe ich auch noch nie gesehen. So, hier sind die Karten drinne. Und ich werde jetzt die Challenge vorlesen. Es ist ganz wichtig, dass ihr alle im Haus jetzt am Start seid, ne, Freunde der Sonne. Knossi, du wirst gleich Begriffe, ganz ohne Worte, vor der Frontkamera pantomimisch darstellen. Ihr kennt das Spiel. Wie heißt das, Kameramann? Pantomimo. Nein, nicht Pantomimo. Wie heißt das? Tabu. Heißt das Tabu? Tabu. Tabu, genau. Ist geil, dass du auch mit dabei bist. Deine Mitbewohner sehen dich auf dem Wohnzimmermonitor und müssen erraten, was du ihnen zeigst. Das heißt aber auch wahrscheinlich, ich werde euch nicht hören. Ihr macht das im Haus und ich kriege auch keine Lösung. Mir wird wahrscheinlich immer wieder was gezeigt. Also gebt Gas im Haus. Es ist ein Gans. Es geht um einen Riesenpreis. Das kann ich euch sagen. Nach dem Startsignal startest du mit dem ersten Begriff. Stell dich jetzt auf den pinken Teppich vor die Frontkamera und warte dort aufs Startsignal. Okay, Frontkamera ist an. Ich gehe jetzt raus. Du bleibst drin. Oder kommst du mit? Und ihr, Leute, gebt Vollgas. Schatzi, komm. Das kannst du. So, es ist soweit. Seht ihr mich? Ich stehe auf dem. Ich bin da. Zander, glaube ich. Mach den ersten Begriff. Halt! Frieren! Schnee! Ja, wer sagt denn richtig oder falsch? Das muss jetzt erstmal aufgelöst werden oder nicht? Ach so. Jetzt ist ja... Schneemann. Nein. Doch, weil er rollt oder hier. Schneeball ein. War er jetzt richtig? Schneeball! Hey, warte mal. Wenn du falsch bist, dann... Hey, sagst du mal. Hey, sagst du mal. Hey, warte. Big Brasser. Hallo! Frostbeule. 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 Ach so. Hatten wir noch nicht gedrückt? Schneeball. Schneeball. Hey, du darfst gar nicht drücken, weil es nicht unterdrückt ist. Glatteis! Hey, weißt du? Hey, das darfst du ja immer drücken. Wie oft darf man... Schneemobil! Ah, okay, warte. Was macht ihr das Ding? Jeder hat schon einmal gedrückt. Das ist nicht so lange durch. Ja, aber... Ich hab noch nicht gedrückt. Darf man wirklich? Hey, unser Team hat den drückt. Pro Team oder pro Nase? Habt ihr auch schon gedrückt? Ja, schon lange. Na, der ist durch. Der ist schon lange bereit. Der Arm, der macht die ganze Zeit noch weiter. Der Daumen. Ne, ey, mach mal wie bei mir. Lass den mal machen. Lass den mal. Guck mal, guck mal. Guck mal. Schneemobil. Ist das ein Schneemobil? Ihr wart alle falsch. Neuer Begriff. Was war der Begriff? Schlafen. Was ist das jetzt? Winterreifen. 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 Okay, es ist ein Automobil. Schlafwandeln. Ja. Ja! Daniel Mann, Alter, deswegen musst du mal im Team. Der ist krass, Mann. Ich wollte das sagen. Ja, mach mal weiter. Nächster Begriff. Autophon. Ach so. Ja. Kofferraum. Ja, oder? Kofferraum. Aber meine Hand war zuerst aus dem Bazaar. Ja, aber hast du nichts gesagt? Ja. Ich wollte aber auch gefangen sagen. Was soll ich sagen, Daniel? Aber der kann es nicht kacken, gell? Vollbremse. Airbag. Ja, scheiße. Ja, Airbag ist richtig. Warn. Richtig. Ja, Pinsch. Gut, gut, gut. Ja, Fritz Meineke. Hä? Was ist das? Wir haben das schon. Haben das auch schon, Knossi. Airbag ist gut. Airbag ist ja ... Nächster Begriff. Okay, wir sind da. Komm. Grossmassage! Sitzmassage. Oh, fuck. Massagesitz. Ja. Ja. Ja! Ah!